Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ich bin Nina und ich werde euch heute zeigen, wie ihr beim Vivo X60 Pro Apps löschen bzw. deinstallieren könnt. Wir wissen ja, da gibt es meistens einen Unterschied und es ist eben nicht gleich mit einmal vom Home-Bildschirm entfernen bei jeder App getan, sondern es wird eben unterschieden zwischen löschen und deinstallieren, je nachdem, ob ihr die App beispielsweise hier nur aus der Übersicht entfernen wollt oder eben komplett samt Daten löschen wollt. Beim X60 Pro ist es ähnlich wie bei anderen Modellen. Wir können jetzt mal einfach, ich habe hier einige Apps schon mal heruntergeladen, wir können dann, wenn wir länger auf die App halten, dieses Fenster sehen, App Info, App Clone, entfernen und deinstallieren. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wenn ich nämlich jetzt Entfernen drücke, dann Element entfernt und wir sehen, die App verschwindet hier direkt. Wenn ich dann aber hier in mein Menü gehe, dann ist Instagram natürlich noch da und ich kann die App einfach wieder hier zu meinem Home-Bildschirm hinzufügen. Anders sieht das dann aber aus, wenn ich die eben komplett deinstalliere. Wir sehen auch, das Icon ist auch rot, soll vielleicht schon ein bisschen gravierender wirken. Deinstallieren, wenn wir das dann auswählen, dann werden wir auch extra nochmal gefragt. Die App Instagram und die zugehörigen Daten werden gelöscht. Wir wollen ja aber die App jetzt komplett löschen, sagen also OK und dann verschwindet die App hier auch wieder. Und wir werden jetzt aber sehen, hier in der App-Übersicht finden wir sie dann nicht mehr. So funktioniert das eigentlich mit den meisten Apps. Ihr werdet aber auch feststellen, dass einige Apps einfach nicht gelöscht werden können, wie zum Beispiel hier die App Alben. Ihr könnt die zwar entfernen, dass die nicht mehr hier auf eurem Home-Bildschirm ist, aber sie kann nicht gelöscht werden. Denn gewisse Apps sind einfach vorinstalliert und dementsprechend könnt ihr die nicht löschen. Um eine bessere Übersicht zu haben, könnt ihr aber auch in den App-Store gehen und da unter eurem Profil und dem Punkt Apps und Geräte verwalten, euch einfach mal alles im Überblick anschauen. Wir können hier nämlich auch die Speicherbelegung sehen und dann sagen verwalten. Und hier sehen wir dann eben all unsere Apps, die wir installiert haben und sehen auch, wie viel Speicherplatz die momentan beanspruchen. Und möchten wir jetzt also zum Beispiel Apps löschen, könnten wir auch hier jetzt einfach Netflix auswählen und dann eben sagen hier oben löschen. Und dann könnten wir jetzt hier also zum Beispiel bestimmte Apps einfach auswählen, wie zum Beispiel Facebook. Und dann sehen wir hier oben 56 MB. Wenn wir dann sagen löschen, ausgewählte App deinstallieren, eine App wird von deinem Gerät deinstalliert. Und dann können wir auch das bestätigen, bekommen hier nochmal die Benachrichtigung und die App verschwindet dann hier auch aus der Übersicht. Und so funktioniert es eben auch mit den anderen Apps und ihr habt aber hier eben auch die Möglichkeit, direkt mehrere Apps auszuwählen und die zu löschen. Also ich könnte jetzt Pinterest und TikTok auswählen und könnte dann sehen 352 MB und könnte dann eben direkt zwei Apps deinstallieren oder natürlich auch mehr. Diese Möglichkeiten habt ihr also beim Vivo X60 Pro Apps zu deinstallieren und zu löschen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und geholfen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr sonst noch Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns die gerne jederzeit in die Kommentare und abonniert natürlich auch den Kanal, damit ihr hier keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! !